Für Arbeitssuchende bietet das Servicezentrum Mitte vom Bildungsmarkt.dv unterschiedliche Dienstleistungen bei der Arbeitsvermittlung an. In einem Eingangsgespräch klären wir die persönliche Situation unserer Kunden und entwickeln gemeinsam eine individuelle Bewerbungsstrategie. Parallel zu diesem Praktikum müssen Sie sich jetzt um eine Fachschule kümmern. Da wäre ein gutes Beispiel eben diese staatliche Fachschule für Sozialpädagogen. Neben der Integrationsberatung gehört die Unterstützung beim Erstellen der Bewerbungsunterlagen zu unseren Angeboten. Ein besonderer Service ist die Herstellung hochwertiger Passbilder, die durch unseren Fotografen im Servicezentrum aufgenommen und sofort ausgedruckt werden. Unsere Mitarbeiter im Servicezentrum Mitte akquirieren freie Stellen, machen sie in der Einrichtung bekannt und überprüfen die Passfähigkeit zwischen Bewerber- und Arbeitsplatzprofil, um Vermittlungshemmnisse abzubauen. Eine gezielte und individuelle Beratung ist die Grundlage für eine erfolgreiche Arbeitssuche. Im Einzelfall kann es sein, dass einer sagt, ich weiß, was ich will, ich brauche Bewerbung, kann keine Bewerbungsunterlagen schreiben, habe es vielleicht noch nie gemacht. Wir erstellen gemeinsam ein Profiling, wo herausgearbeitet wird, was bietet der Kunde, was kann er, was bringt er mit, welche Schulabschlüsse hat er. Wir erarbeiten praktisch die Biografie. Der Hauptschwerpunkt ist aber, gemeinsam zu suchen nach Stellen, die passgenau sind oder Ausbildungen, die passgenau sind. Sie können sich jederzeit bei mir melden. Die Dienstleistungen in unserer vom Jobcenter Mitte geförderten Beratungsstelle sind vom ersten Gespräch bis zur Nachbetreuung für alle Arbeitssuchenden kostenlos. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, um Ihre berufliche Zukunft positiv zu gestalten. Die Dienstleistungen in unserer tumorigen